Guten Tag Morgen, bei mir geht es jetzt um eine Ausstellung, eine Kalligrafie-Ausstellung. Ich habe zu Gast den Künstler Peter Unbehaun. Schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Diese Ausstellung, die gestern eröffnet wurde, ab heute ist sie für die Allgemeinheit zugänglich in der Hauptkirche St. Nikolai und zwar am Klosterstern, das muss man dazu sagen. Was kann man da genau sehen? Da kann man Bilder sehen, die aus Buchstaben entstanden sind und damit man sich das vielleicht vorstellen kann, wie Buchstaben entstehen, habe ich einfach mal eine Schreibfeder mitgebracht. Auch das hier, in dieser Breite, ist eine Schreibfeder. Unser Alphabet fängt mit einem A an. Sehen Sie, so wird das geschrieben. Das sieht jetzt so einfach aus, das bedarf aber, glaube ich, längerer Übungen, das Ganze. Vor allem auch der Entwicklung einer ganz bestimmten Ästhetik. Oder wie kommt man da jetzt zu, das so zu machen? Die Ästhetik haben ja schon die alten Römer entwickelt. Diese Buchstaben, die ich jetzt da gerade gemacht habe, die sind ja 2000 Jahre alt. Haben Sie denn auch selbst eine Entwicklung, da gibt es Buchstaben, die Sie selbst erfunden oder entwickelt haben? Ja, ich meine, jeder schreibt dann natürlich so den Buchstaben in seiner persönlichen Art, aber man greift praktisch so als Kalligraf eben auf bestehende Sachen zurück und jeder entwickelt eben dann so seine eigene Interpretation der Buchstaben. Mhm. Sie sehen. Das geht relativ schnell. Jetzt hat man die Buchstaben, aber so ein Bild gehört ja ein bisschen mehr. Was passiert denn da jetzt? Was machen Sie dann? Genau, also ich nehme häufig natürlich Texte, aber in dem Moment, wo ich jetzt, sagen wir mal, von einem Buchstaben in den anderen schreibe, beginnt das Ganze natürlich schon so ein bisschen zu leben. Wenn ich da jetzt noch zusätzlich mit Gelb durchgehe, sehen Sie, dann entwickeln sich so schon Aquarellbilder. Sie haben jetzt verschiedene, das ist interessant, das ist jetzt eine Fähne, das andere sind Pinsel, womit arbeiten Sie noch? Also das sind so die Hauptbestandteile, weil ich habe hier in Ihrem Köfferchen gesehen, da gibt es zum Beispiel Schilf, was ist das? Ja, das ist eigentlich so das älteste Schreibwerkzeug, das war praktisch noch der Vorläufer der Vogelfeder. Und da kann man wirklich in Windeseile für alle, die ein Taschenmesser haben, jetzt mal kurz eine Demonstration, wie man eine Feder schneidet. Man schneidet also erstmal bis zur Hälfte durch und dann beim zweiten Schnitt an die Wand des Schilfrohres und schneide, ich lege mal ein Stück Pappe unter, um Ihren Tisch hier nicht zu malträtieren und schon ist eine fertige Schreibfeder entstanden. Kann man das richtig irgendwo lernen oder sind das auch so Sachen, die man sich auch oft selbst beibringen muss? Ja, viel muss man natürlich sich selbst beibringen, wer Interesse hat. Also ich gebe auch Kurse neben den Ausstellungen, mache ich auch Kalligrafiekurse, wo man dann auch lernt, wie man eine Feder zuschneidet. Aber Sie haben gesehen, es geht verhältnismäßig schnell. Was kann man auf Ihren Bildern sehen? Also hier habe ich jetzt nur ein paar Buchstaben genommen. Ich nehme Texte, die mich ansprechen. Und ich habe zum Beispiel da in der Ausstellung in der Nikolaikirche, habe ich jetzt viele Texte genommen von Matthias Claudius und habe die dann so kalligrafisch umgesetzt. Diese Ausstellung, wie gesagt, die beginnt heute. Wie lange kann man die sehen und von wann bis wann täglich? Die Kirche ist den ganzen Tag geöffnet und die Ausstellung geht noch bis zum 8. Juli. Also kann man bis dahin täglich kommen. Gut, dann danke ich Ihnen, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Vielen Dank, das Hamburg Rheins Frühkampf. Also kann man bis zum 8. Juli. Vielen Dank.